Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Wir hatten gerade das Werkzeug eingesammelt, wenn ich mich recht entsinne. Ach ja, falsches Spiel, das war nicht eh. Das war Rewind. Genau, linksklick. Das war's. So. So, reden wir doch erstmal mit der. Okay. Was man nicht so alles mit einem kleinen Schraubenzieher machen kann. Oder Schraubendreher, wohl eher. Das reimt sich cool. Dann wollte ich gerade noch anmerken, sorry, dass die letzte Folge... So? Ich kann das Ding nicht fixieren. Sind das deine neue Fotos? Ja, ich habe sie heute genommen. Lass mich sehen. Warte, ich habe das schon gesehen. Äh, keine Ahnung. Wann hast du das genommen? Du hast das Bild genommen, du Brat? In der Klinik heute. Du hast den Alarm gesetzt. Das ist, warum Nathan nach dir randet. Okay, ich war dort. Ich war da, hiding in der Körner. Damn, du bist ein Ninja. Ein Ninja hätte hätte Nathan's Hände abgenommen. Ich habe nur eine Butterfly-Foto genommen. Das ist so badass. Oh ja, ich habe mich fast verletzt, als ich die Schraube gesehen habe. Also, hat dich mich erinnern? Ich würde sagen, gar nicht. Deine Haare und Klappen sind so unterschiedlich. Ich hoffe so. Ich bin sicher, das ist alles so weirr zu dir, nachdem ich zurückgekommen bin. Wie du gesagt hast, es war so ein bisschen Tag. Also, du musst uns überhören, unsere Konversation. Ein bisschen. Ein bisschen. Es gibt keine Chance, dass du nicht alle Vögel hörst. Okay, ich habe nur etwas über Geld gehört. Drücken. Aber das ist es. Jetzt für die große Frage. Du hast jemanden gesagt? Hm. Absolut. Nathan Prescott hat eine fucking GUN auf dich. Gutless Prick. Wie schrecklich. Wer hast du gesagt? Der Prinzip. Aber er hat mich nicht geliefert. Der Prinzip? Du bist noch 12? Der drunken Jackass only cares about cash from Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Danke Gott. Ich werde dir noch mehr erzählen. Und ich will dir wirklich Max. Na, was kommt jetzt? Auf jeden Fall ganz kurz, wie gesagt, sorry, dass die letzte Folge so eine miese Quali hatte. Und ich die dann am Folgetag nochmal wieder hochladen musste. Das war meine reale Vater Kamera. Ich will, dass du es hast. Das ist so cool, dass du meinen Geburtstag erinnerst. Okay, aber ich kann das nicht nehmen. Natürlich kann ich das. Mein Vater würde mich schmerzen, wenn ich nie benutze, und jetzt weiß ich, dass es sehr gut benutzt wird. Und ich werde diese Bildung als ein Symbol unserer Reunion, cool? Ja, natürlich ist es cool. Danke, diese Kamera ist so süß. Jetzt, dass wir diese Muschie-Geräusche aus dem Weg haben... Ich fühle mich als Stage Diving. Wir holen uns diesen Ort. Du bist verrückt. Ja, ja, ich bin total total in der Brühe. Wir spielen! Wir machen das Boney White-Ass! Oder wir holen meine Bildung mit deinem neuen Kamera. Ich habe etwas... Ich habe etwas... Knips. Okay, und in Befor, dass sich diese Szene beschissen anhört, wegen Content-Match und so. Wollte ich nur mal anmerken. Der Song hat doch die Regeln. Du kannst nicht tanzen, Hippie? Komm schon! Rock aus, Frau! Ja! Hör es nicht, Max! Ich habe etwas... Schrank. Okay, wenn es nicht der Schrank ist, dann ab durch das Fenster. Kann ich nochmal zurückspulen? Okay, weiter zurückspulen. Weiter zurückspulen, Ding. Okay, Lampe bewegen. Und weg. Schrank. Okay. Okay. Ich würde erstmal versteckt bleiben, glaube ich. Ich will zurückspulen. Ich will zurückspulen. Okay. Okay. Das interessiert mich nämlich auch gerade. Was würde passieren, wenn ich eingreife? Okay, das... Ja, ja. Eingreifen. So, was passiert jetzt? Okay. 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 Waffe? Okay. 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 Wir entscheiden uns nochmal um. Okay. 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 Das war die bessere Entscheidung. Okay. 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 Guten mal wo die roule an. Wenn sie die Laden noch informieren können. Wir zeigen, wenn die johnnen nicht so sp leveling. Sie cocoern sind jetzt hier, wenn sie course наша Stadt, um hier zu hauten. Wann ist das da noch? Drollig. Na doch, da sitzt sie. Okay. Kann man da drum rum gehen? Findet man hier noch was? Da schwebte ein Puschel. Der sah irgendwie cool aus. Fußabdrücke? Ein Haiku. Ein Haiku? Wie schön. Soviel zum Betrachten. So wenig Zeit. Too bad it's locked. I remember racing up and down on steps. Da kann man nicht? Okay. Also scheint es an der Zeit zur Interaktion. An der Zeit für Interaktion mit Chloe. Foto erstmal. Ja. Ich kann es leider nicht angucken. Na Pech. Ja. 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 Ich bin nicht alleine. Sitzig, wenn du willst. Du bist... Ich bin... Ich wollte nur ein Backup. Ich bin nicht so dumm wie du. Und David ist, in Wahrheit, eine Stepdouche. Ich bin sorry, ich musste es zuerst experienceen. Du musst ihn mit ihm leben. Er hat immer so gemacht? Seit meiner Mutter zuerst hat ihn in unsere Haus. Ich habe niemals gebt, David. Ich bin nicht so dumm wie ich. Er hat mich gefreut auf Kate Marsh heute. Ich weiß sie. Sie ist cool. Nur der Prick würde sie schreiten. Er hat eine Art von weirn. Er hat viele Schreiber. Er hat viele Schreiber. Rambo ist immer noch daran erinnert, dass er die Intelligenz des敦kens. Hast du einen Blick? Ja. Ich konnte es nicht so helfen. Keine Veränderungen. Was hast du? Er hat viele Fotos von Kate Marsh. Er hat andere Blackwall-Studien. Der Mann nimmt seine Arbeit sehr ernst. Er ist immer so, dass er ein Krieg ist oder so. Er ist ein totaler Verbreitung. Ich bin froh, dass es im Haus gibt. Ich wusste, dass du es nicht wusste. Chloe, dein Haus ist unter Verbreitung. Was sprachst du? Es gibt Kameras überall in der Haus. Ich habe sie auf einem Monitur in der Garage. Ich wusste, er ist so verraten. Ich lasse das jetzt ein Geheimnis. Manchmal ist es ein Geheimnis. Ich weiß nicht, dass ich so schrecklich bin. Jeder in dieser Stadt weiß, dass jeder ein Geheimnis ist. Was ist das Geheimnis? Er ist ein Geheimnis, der schrecklich verdient. Und er hat mich mit einem Drogen in seinem Raum. Was? Ich habe ihn in einem Schütholle Bar, der mir nicht schraubt. Er war zu rich für den Ort und zu verraten. Und er hat sich immer aufzuhören. Just sag mir, was passiert, Chloe. Jetzt. Ich war ein Geheimnis. Ich dachte, er war so blazed, es wäre eine einfache. Ich habe eine einfache. Du brauchst so wenig Geld? Ja. Ich habe viel Geld. Und ich dachte, ich hätte genug für mich und Rachel, wenn sie aufstehen. Also, was mit dir und Nathan? Wir waren in seiner Wohnung in Blackwell. Wir haben ihn, und ich habe ihn verraten. Er war ein Schritt nach vorne und hat etwas in meine Bier. Gott, Chloe. Ich kann das nicht glauben. Ich meine, ich mache das. Ich meine, ich mache das. Dann, was? Ich weiß, dass ich auf dem Boden bin. Ich habe mich auf dem Boden gewonnen. Ich habe mich, und der Perv war schmerzend, mich mit einer Kamera schmerzend. Geh, weiter. Alles war ein Blur. Ich versuchte ihn in den Balls, und ich habe eine Lamp. Nathan freigte, also habe ich in die Tür zu verraten. Und ich habe den Schein. Max, es war verrückt. Ist das krank, oder sind wir wütend? Oder sind wir krank, und das ist wütend? Äh... Das macht mich ja schon irgendwie ein bisschen böse. Also... Ich bin so faszinierend, dass ich überhaupt nicht sprechen kann. Was hast du dann gemacht? Ich habe gedacht, ich würde ihn bezahlen, um mich zu halten. So haben wir ihn in der Pferde getroffen. Und er hat eine Kugel gebracht. Das war Nathans letzte Fehler. Hm... Polizei wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Was wird er tun? Einen Kapp in seinen Arsch? Lass uns die Polizei kenne. Scheiße das. Du hast bereits dem Prinzip gesagt, und ich bin sicher, dass es nicht sinnvoll ist. Ich werde nicht immer da sein, um dich zu retten. Du warst heute hier, Max. Du hast mich retten. Ich bin immer auf das. Ich sehe dich nach all diesen Jahren, fühlt sich wie... ...Destinie? Wenn es das ist, dann hoffe ich, dass wir eine Rachel finden können. Ich liebe sie, Max. Das Schiff hat jemanden gefunden, der ich liebte. Ich würde mir schaden, wenn es ein Blöckkartner gibt. Ich würde mich auf die Sache wiederholen. Ich würde ihn schaden, wenn ich die Brücke entdeckte. Ich würde mich auf die Sache schaden. Ich würde mich schaden, wenn ich nicht zu sein. Ich würde mich an, wenn ich mich an, wenn ich mich an. Das ist eine gute Frage. Okay, also wieder irgendwo hinlaufen. Okay, aber wir können noch rewinden. Okay. Einmal schnell hier unten durch. Hier hoch? Sollen wir dem Viech vielleicht folgen? Wirkt so. Ich habe nie einen Sturm wie dieser in Oregon gesehen. Oh mein Gott! Der Tornado ist zurück! Scheiße! Okay, die Zeitung, alles klar. Also zurückspulen. Hier durch. So, mit dem Sturm erstmal Zeitung lesen. So ist richtig. Oh mein Gott, das ist echt. Oh mein Gott! Das ist ein Sturm? Das ist nur vier Tage entfernt! Oh nein! Das ist wirklich ein Sturm. Ich habe das nicht ein Sturm. Ich habe eine andere Vision. Die Stadt wird durch einen Tornado verletzt. Oregon bekommt über 5 Tornadoen alle 20 Jahre. Du bist nur zoned. Nein! 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 Ich habe es gesehen. Ich konnte eigentlich fühlen die Elektrizität in der Luft. Komm schon. Geh ein Sturm. Okay? Chloe, ich bin nicht verrückt. Aber es ist etwas anderes, ich muss dir sagen. Es ist etwas... Hardcore. Geh mit mir, Max. Ich hatte das gleiche Vision früher in der Klasse. Als ich rausgelegt habe, habe ich herausgefunden, dass ich die Zeit verletzt habe. Wie ich sagte, nicht verrückt. Aber hoch, oder? Hör mir mal. Wie denkst du dir, dass ich dich in der Luft verletzt habe? Mit der Zeit verletzt habe? Ja, sicher. Ich habe dich getötet, Chloe. Ich habe dich tatsächlich... sterben. Ich konnte zurück und schrauben das Alarm. Okay, ich sehe, du bist ein Geek jetzt mit einer guten Imaginung. Aber das ist kein Anime oder Video-Gang. Leute haben diese Macht, Max. Ich weiß nicht, was ich habe, aber ich habe es. Und ich habe Angst. Du musst aufhören. Es ist ein verdammeliger Tag. Was ist das? Snowflakes? Es ist, wie... 80 Grad. Wie? Klima. Oder ein Sturm kommt. Max? Start vom Anfang. Grusel, grusel, grusel. Okay, das ist schon irgendwie ziemlich creepy-Stuff. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und jetzt roll credits Ja, roll credits Okay, irgendwie kürzer als ich dachte Aber ziemlich cool Okay, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen, ihr hattet Spaß Wenn dem denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder In diesem Sinne, wie immer von der Bar Kate Bye Leute Bye Leute Bye Leute Bye Leute Bye Leute